Heute mit dem roten Rucksack unterwegs in Unamassen. Wir suchen Orte auf, an denen Besonderes geleistet wird, an denen sich Menschen um Menschen kümmern. Der erste war hier das Seniorenpflegeheim in Obermassen. Wunderbare Einrichtung, die sich um ältere Menschen kümmert, mit sehr engagierten Leuten, die eine eigene Philosophie haben. Jetzt geht es zu Eskimaßen, da gibt es das Thema Sport. Wir haben doch gesagt, ich sollte das machen. Wir haben doch gesagt, ich sollte das machen. So gut, wir holen da Oberwahl für das Land. Wir waren auch schon über 100 Jahre. Hier waren wir bei der Freiwilligen Feuerwehr in Unamassen und wir haben uns noch mal unterhalten darüber, wie wir eigentlich Ehrenamt den Katastrophenschutz unterstützen können. Ich habe eine Menge gelernt, wo wir noch das eine oder andere verbessern können. Jetzt geht es weiter zum Abschluss mit den Ortsvereinen Unakönigsborn, Afrige und Unamassen. Und da geht es dann nochmal um die Bundestagswahl. Ein Tag lang mit dem roten Rucksack unterwegs in Unamassen. Seniorenpflegeheim Obermassen, Café Maillen, Eski-Massen, der neu gebaut Kunstrasenplatz und zum Schluss die Freiwillige Feuerwehr, das waren die Stationen. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich Orte besucht, an denen Besonderes geleistet. Ich habe Menschen getroffen, die Besonderes leisten hier in ihrem Stadtteil und die dafür sorgen, dass hier im Stadtteil auch richtig was los ist und dass alles funktioniert. Insofern, ich habe viel gelernt bei dieser Wanderung und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen bei einer der nächsten Möglichkeiten mit dem roten Rucksack zu wandern. Und nicht nur zu wandern, sondern mir auch etwas mitzugeben für die Arbeit in Berlin aus meinem Wahlkreis. Wenn Sie wollen, laden Sie mich ein. Dann komme ich mit dem roten Rucksack und wandere auch mit Ihnen zu einem Ort, an dem Besonderes geleistet wird. Und ansonsten treffen wir uns bei vielen Infoständen, bei vielen Fatalaktionen, bei vielen Wahlkampfaktionen in den nächsten Wochen.